Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Nightingale, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich habe ein paar Essenzen noch gesammelt in der anderen Welt im Offscreen-Modus. Und zwar haben wir jetzt insgesamt 174. Ich hoffe, diese reichen, um die Ausrüstungsaufwertung tatsächlich auf 40 zu bekommen. Und ich sage gleich vorweg, es wird, wenn jetzt nicht noch irgendwas Krasses passiert, was mich jetzt hier mega vom Hocker haut, wo ich sage, ey geil, jetzt müssen wir doch noch weitermachen, wird das wahrscheinlich die letzte Folge von diesem Let's Play sein. Aus dem einfachen Grund, der Brock hat es schon ganz gut geschrieben, dieses Spiel ist halt nicht wirklich Let's Play tauglich. Das ist was, wenn man zu Hause alleine nach dem Feierabend mal ein paar Stunden grinden will, datteln will, ist das schon gut gemacht. Es hat eine schöne Grafik, es hat coole Sachen, die man so entdecken kann. Aber letztendlich ist es eigentlich immer nur das Gleiche, was man hier macht. Klar, später Basebuilding und so wird dann nochmal interessant mit den neuen Bauteilen. Aber wie ich halt schon ein paar Mal angekündigt hatte, mir ist dann, das frisst ganz, ganz viel Zeit. Und dafür ist der Spielspaß doch ein bisschen zu gering. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel für die Leute, die das Spiel mögen und auch gerne zugeguckt haben. Vielleicht schauen wir irgendwann mal später nochmal rein, wenn es hier ein großes Update gab. Aber ja, ich denke, das wird vorerst die letzte Folge werden. Und ja, nehmt es mir bitte nicht übel, Leute. So, also gehen wir mal in unsere Hütte rein und versuchen mal die Essenzen jetzt zu verwerten. Und, also die Armbrust haben wir ja zum Beispiel noch nicht, was ich halt noch nicht so ganz verstehe. Wenn ich jetzt die Axt nehme, ne, haben wir jetzt 36. Nehme ich jetzt die Spitzhacke, haben wir auch 36. Ich glaube, wenn ich jetzt die Armbrust aufwerte, ist das Blödsinn. Wir sollten eher versuchen, Klamotten aufzuwerten. Ähm, schauen wir mal rein. 20, 20, 20. Ich gucke nochmal kurz rein. Wir haben lediglich die Mütze und das Hemd und die Hose. Dann versuchen wir mal, das andere aufzuwerten. Also die Handschuhe. 40 Essenzen. Bauen wir mal rein. Herstellen. Dann machen wir noch die Jacke. Ebenfalls 40 Essenzen. So, die Schuhe. Braucht auch 40. Und jetzt sollten wir es doch schon fast geschafft haben. Den Rucksack können wir dann da rauf werten. Doch, das machen wir. Braucht auch nur 40. Und dann sollten wir es doch eigentlich geschafft haben, ne? So. Versorgerkarte freischalten. Reisen Sie zu einer Herbarium-Wüstenwelt. Das Gewicht Ihres Inventars. Oh, was haben wir denn alles drin, Leute? Tja, müssen wir mal kurz ausladen. Ist hier noch Platz? Ähm, genau. Das kann hier rüber. Ich muss mal kurz schauen. Die Kugeln. Es muss erst mal alles raus. Die Stahlkugeln. Okay. Dann räumen wir mal. Oh, Gott, bin ich langsam. Was ist denn jetzt so schwer? Eigentlich. Ach, weil wir den Rucksack... Hä, warte mal. Wir haben keinen Rucksack mehr. Deswegen. Wo ist denn der jetzt gelandet? Ach, liegt der vielleicht noch auf der... Ah ja, der liegt noch da. Deswegen. So, Leute. Okay. Jetzt geht's wieder. Knochen hauen wir rüber. Wir haben schon wieder so einen Haufen Zeug. Das passt hier alles nicht mehr rein, Freunde. Hier ist auch schon alles toll. Na ja, das Lagersystem müsste man vielleicht noch überdenken. Hier passt nirgends wohl mehr was rein. Dann schmeiß ich mal hier einfach noch was rein. Das ist jetzt ein bisschen wild durcheinander, aber nützt ja nichts. Warte mal, das Schwarzpulver kann hier drauf. Und die Steine habe ich doch auch irgendwo. Ah ja, guckt mal. Hier ist noch Platz. So, okay. Seil schmeißen wir hier rüber. Was war das hier? Ich war der gebundenen. Coole Wein hauen wir auch rüber. Ich weiß, das ist kein Wein. Das ist irgendwas anderes. Gemeißelter Stein können wir hier noch mit neigmeißen. Jetzt vielleicht auch das hier. Das hier. So, jetzt sind wir erstmal wieder halbwegs gut aufgestellt. Habe ich denn diese Karte schon? Ja, die brauche ich ja gar nicht, oder? Versorgerkarte freischalten. Ich gucke mal ganz kurz. Handbuch. Kragebuch. Die Heimreise. Und das hier Versorgerkarte freischalten. Jetzt, wo die Astrolabium-Welten freigeschaltet sind, habe ich das nötige Rüstzeug, um die Herausforderung anspruchsvoller Welten anzunehmen. Vielleicht sollte ich als nächstes eine Welt des Erfindergeistes und der Industrie aufsuchen, um meine Chancen auf ein langfristiges Überleben zu erhöhen. Gucken wir mal ganz kurz auf der Karte. Versorgerkraftort. Da ist er. Setzen wir mal einen Ping. Dann gehen wir mal da hin. Wartet mal, ich rube ich mal noch kurz aus. So, läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Wo ist das Ding? Hä? Da unten. Da unten. 160 Meter. Eilung haben wir ja noch ein bisschen was einstecken. Ich hoffe mal, es wird nicht zu stressig. So, Freunde. Dann mal rein in die gute Stube. Sollten wir doch eigentlich reinkommen, ne? Ja. Und sag mal... Ja, die droppen halt leider keine K1-Essen. Also wisst ihr, was ich meine? Das hier ist schon irgendwie cool gemacht. So diese ganzen Höhlen, was man so entdecken kann. Aber es wiederholt sich halt von den Gegnern her und von dem, was man hier so tun muss, immer wieder. Oh, hier kann man nochmal richtig tief runter. Das können wir uns ja später nochmal anschauen. Ja, komm mal her, Großer. Oh, sorry. Hey. Ouch. Okay. Bei dem müssen wir aufpassen, weil der macht halt nochmal Schaden, wenn er stirbt. Gut. So, hier ist nichts weiter. Ist ein bisschen verwirrend hier, aber ich versuche einen Überblick zu behalten, Freunde. Da geht's runter. Wir machen erst mal eine Etage. Hier geht's auch runter. Ich glaube, jetzt sind wir hier erst mal so weit durch. Ist hier hinten noch irgendwas versteckt? Ne. Gucken mal. Genau, jetzt sind wir hier einmal durch. So, wer sich das gerne wieder durchlesen möchte, gerne Pause drücken. Und wenn's was wichtiges war, könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben. Aber ich bin sehr lesefaul. Alter, was ist dieses Geschrei von denen ist schon irgendwie cool. Autsch. Okay. Gift. Ich nehm mal ganz kurz Bufffood, Leute. So, einmal das. Und einmal haben wir hier noch was. Gebratene Bären. Hab ich hier kein Gemüse mehr? Ich seh's gerade schon wieder nicht. Da komm mal her. Ja, Gegner sind halt easy, ne? So, auch hier wieder was zu lesen, Freunde. Na, komm her. Musst nur aufpassen. Wenn ja wieder so ein Feuerteufel kommt. Achtung, geht da weg, Ellie. Der ist giftig, der Typ. Oder auch nicht. Ach, Quatsch. Mit einem Schuss ist der weg. Gut. Hier könnte ich irgendwas zerkloppen. Müssen wir aber nicht. Hier ist nichts. Hier geht's noch tiefer. Die Kiste hab ich gesehen, Leute. Ich will bloß mal ganz kurz hier schauen. Hier waren wir schon, ne? Ah, ja, genau. Schalali, schalala. Kisteninhalt ist wunderbar. Leichte Schleierkappe. Ah, da kriegt man wenigstens wieder ein bisschen Heilung zusammen. Sonst ist hier nichts. Wir hatten hier die Laterne hingestellt. Ist der extra hier durch diese Lücke gekrochen? Um uns dort hinten Licht zu machen. Ja, hier geht's noch tiefer. Ah, ja. Seht ihr, das meine ich. Es ist halt immer, immer der gleiche Ablauf. Jetzt kommt hier wieder dieser fliegende Roboter. Warte, ich lade mal hier gleich nach. Okay, ist nachgeladen. Gucken wir uns noch das Echo an. Nochmal was zu lesen, Freunde. Und dann drücken wir hier. Ach ne, ich muss hier die Dinger drücken, ne? So, und da war's das schon, Freunde. Easy Pupisi. Gut. Haben wir sogar Errungenschaften auf Steam freigeschaltet. Äh, jetzt muss ich wieder Ausrüstungsaufwertung machen. Wir reden erstmal mit Puck. Mit der Hast der Sterblichen eilen sie stetig durch diese Wildnis voran. Aber besitzen sie selbst mit dem Wissen des Herbariums ausgestattelt die Mittel, um solch potente Magik auf schnödes Pergament zu bannen? Tragischerweise nicht. Und daher gewährt dir Puck einmal mehr das, woran es dir fehlt. Mit einem frischen Verzauberungsfokus. Mit einem frischen Verzauberungsfokus. Weit fähiger als der aus Stock und Stein, den du bisher benutzt hast. Doch ich muss zugeben, dass das nicht alles ist, was sie brauchen werden. Und vielleicht zeigen sich diese habgierigen Vertreter ihrer Art, bereit zum Tauschhandel mit besseren Schreibwaren. Okay, Leute. Dann reisen wir mal zum Nachhause zurück. Da sind wir auch schon. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier gerade freigeschaltet haben. Einen besseren Verzauberungsfokus. Das ist der einfache. Kann ich den dann einfach ersetzen oder... Wie ist das? Das Handbuch bauen. Ist die Frage. Wo ist das Ding? Übungspuppe. Da ist er. Da brauchen wir Ätzbachen. Geschnitztes Holz. Und eine Linse. Das haben wir alles gar nicht. Ist halt die Frage, wo wir das herbekommen. Aber ich kann das Ding ja schon mal platzieren. Ich mach den mal hier hin. Den können wir ja später dort wegnehmen, oder? Wenn wir den dann gebaut haben. Genau. Das haben wir alles nicht. Eine Linse. Weiß ich auch gar nicht. Ätzbaren. Was ist das hier? Doch, guck mal. Ätzbaren hätten wir. Hau mal rein. Jetzt ist nur die Frage. Wo kann man denn so eine Linse herstellen? Oder muss man die kaufen? Eine Linse ist ja auch irgendwas aus Glas. In der Mörserstation wahrscheinlich nicht. Steinmetzbank. Hm. Vielleicht an der Werkbank. Ne. Und hier an der Aufwertungsbank auch nicht. Schade. So, jetzt sind ja tausend neue Aufträge offen. Verbesserter Sägetisch freischalten. Feuerschale freischalten. Die muss man jetzt kaufen. Und dazu muss man halt in die anderen Welten reisen. zu einer Herbarium-Wüstenwelt. Das ist die Frage. Können wir das schon machen? Tagebuch. Also, Astrolabium haben wir, Versorgerkarte. Und die große Herbarium-Karte. Die müsste doch... Wo ist die Herbarium? Da, oben. Dann gehen wir da mal noch hin, Leute. Haben wir noch so viel Zeit? Ja, los, komm. Das sind 700 Meter. Aber wartet mal. Ich würde mir gerne mal noch... Ähm... Hier gebratenes Gemüse machen. Oder wie das heißt. Ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ich nehme mir einmal mal alles raus. Brauchen wir nochmal Holz. Warum geht's nicht? Gemischte Pflanzen, genau. Gut, sind wir da. auch erst mal wieder versorgt. Wie viel gebratene Fleisch haben wir eigentlich? Noch zweimal. Ah ja, da können wir uns eigentlich auch noch was machen. So, dann hau mal rein hier. Das sollte reichen. Heilsalber haben wir ja auch noch neunmal. Heilung an sich. Hier unten in der Leiste auch zehnmal. Okay. Dann schmeißen wir alles wieder rüber. Das hier. Das Fleisch. Ja, die ganzen Tränke und so lasse ich jetzt einmal mal hier drin. Ist ja egal. Warte mal, das hier können wir auch noch rausschmeißen. Okay. Auf geht's, Freunde. Warte nochmal schlafen. Sind wir schön ausgeruht. Und dann essen wir auch gleich mal. Wollen wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Und starten direkt durch, Freunde. Das machen wir jetzt noch zusammen. Aber wie gesagt, ihr merkt ja selber. Es sind halt immer dieselben Abläufe. Und irgendwann kommt vielleicht mal noch ein richtig geiles Update. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir da nochmal reinschauen. Und wenn es halt nur irgendwie als Stream ist oder so. Sag mal, du willst mich verarschen oder was? Hau ab. Nicht dein Ernst, Schweini. Schweini dick. Ah krass, ich sehe gerade dieses Upgraden der Klamotten hat uns tatsächlich 299 Gesundheit gebracht. Also mit Buff Food. Und wir können 140 tragen, weil wir ja auch den Rucksack abgegradet haben. So, da oben ist es, Freunde. Stimmt, da kamen wir ja auch nicht rein. Was war besser hier rechts rum, ne? Ich glaube, es ist egal. Na ja, ich denke mal, man kann hier als Entwickler noch sehr, sehr viel aus dem Spiel machen und noch was rausholen. Hey, guckt mal. Es ist doch, optisch ist das doch eine Wonne. Das ist doch schon echt mega. Gleich geschafft, Freunde. Das Ding ziehen wir jetzt noch zusammen durch. Ich bin gespannt, was uns da drin erwartet. Mal kurz noch ein Fleisch essen. Und jetzt hier rein in die gute Stube. Wo war denn das? Hier war irgendwo so ein Treppenaufgang, ne? Die Treppen sind ein bisschen komisch. Hier. Ah! Ich hoffe, ich komme da jetzt rein, dass das gereicht hat. Düsternes Kraftort. Ja. So, hier sind wir drin. Aber waren wir ja nicht schon mal drin? Ich bin mir gerade nicht sicher, Leute. Aber hier steht ja... Mach mal weg, das Ding. Jetzt kann ich es halt nicht lesen, ne? Ich glaube, das war noch nicht abgeschlossen. Oder? Ah, wir waren doch hier schon mal, Freunde. Na, wir lassen uns überraschen. So, da müsste gleich tot sein. Ja, doch, hier waren wir schon mal, Leute. Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, der ist gefährlich, hier. Oh, der lebt ja immer noch. Ne. Der ist hinüber. Hier waren wir schon. Mist. Das war ja, wo wir uns reingemogelt hatten oder so, ne? War das das hier? So, Roboter, komm her. Kriegst du ein paar aufs Maul. Alter. Oh. Na toll. Ich nehm mal kurz Heilsalbe. Aber der Roboter ist gleich down. So, erledigt. Oh, komm her. So, hier oben ist noch was. Das ist bestimmt wieder was zu lesen, Freunde. Kodex aktualisiert. Jetzt schauen wir mal. Abgeschlossen. Handbuch. So, jetzt haben wir doch eigentlich alles abgeschlossen. Den haben wir abgeschlossen. Genau. Und jetzt sollen wir Herbarium Wüstenwelt erschaffen. Das probieren wir. Kurz schlafen. Herbarium Wüstenwelt. Rüstenkarte. Und wo ist die Herbarium? So, okay. Die Karte habe ich zwar, aber Herbarium Wüstenwelt irgendwie nicht. Warte mal, wir gucken mal. Weltenkarten. Treibhaus. Treibhaus. Wüstenkarte ist da. Minenkarte. Hm. Wieso kann ich hier keine Herbarium Karte machen? Waldkarte. Waldkarte, Wüstenkarte. Aber nichts mit Herbarium. Astrolabium. Astrolabium ist da, ne? Das hat man ja auch gemacht. Versorgerkraftort im Gange. Antiquarischer Kraftort. Steht da, dass wir den nicht besetzt haben. Nicht entdeckt. Astrolabium. Hier nochmal. Aber das haben wir doch alles gemacht. Und Herbarium ist definitiv abgeschlossen. Habe ich da jetzt irgendwas übersehen, Leute? Das ist ja ärgerlich. Ich gucke jetzt nochmal rein. Heimreise. Reisen Sie. Sie können die große Herbarium Karte freischalten, indem Sie Herbarium Kraftort in Ihrer Schwebewelt abschließen. Das haben wir getan. So eben. Vielleicht wartet mal. Wir gucken einmal mal an unser Portal. Wüstenkarte. Ja, da fehlt tatsächlich. Hier ist eine antiquarische Karte drin. Zumpfkarte. Offensichtlich habe ich da jetzt in dem Turm irgendwas übersehen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Hm. Okay. Schade. Ich hätte es mir gerne nochmal ganz kurz angeguckt. Die neue Welt. Obwohl, die wird wahrscheinlich nicht anders aussehen, als die Wüstenwelt, die wir schon mal am Anfang im Tutorial gemacht haben. Na ja. Ihr wisst ja, auf was es hinausläuft. Wahrscheinlich muss ich dann dort auch wieder Essenzen farmen und dann den ganzen Hickhack freischalten. Dort den Händler finden und die neuen Gegenstände freischalten. Ja. Aber ich habe mich wirklich dafür entschieden, das nicht weiter fortzusetzen. Wer das Spiel mag, kann sich sehr gerne holen und selber zocken. Es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass es gar keinen Spaß macht. Es zieht sich halt nur alles. Und die Abläufe, die immer gleichen Abläufe, die stören mich so ein bisschen an der ganzen Sache. Wenn es irgendwas Neues gäbe, was einen jetzt hier vom Hocker hauen würde, würde ich es cool finden. Aber das ist hier leider noch nicht der Fall. Wir gucken nochmal rein, wenn es ein großes Update gab. Dann danke ich euch trotzdem für alle Leute, die hier die ganze Zeit dabei waren und mit kommentiert haben und geliked haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Habt weiterhin viel Spaß in dem Spiel, wenn ihr es selber zockt. Und ja, vielleicht sieht man sich in einem anderen Let's Play. Oder halt später dann nach einem großen Update. Dann verabschiede ich mich erstmal aus Nightingale. Wir sehen uns. Bye, bye.